hallo liebe klemmbauschein freunde und herzlich willkommen auf meinem kleinen kanal und zu einem neuen review zu einem neuen set von der firma tgl diesmal hier und zwar haben wir hier ein ein militärfahrzeug das hat die nummer t 40 15 ich habe das set aus china bestellt und ja dies gibt es gibt es nur in dieser statischen version und dafür habe ich halt 97 euro 69 bezahlt das set hat jetzt hier 3175 teile also ganz normales standard set im maßstab 1 zu 8 ja ihr seht hier unten welche komponenten man braucht um das ding zu motorisieren ihr braucht ein xl motor ein servo motor ein motor eine batteriebox und natürlich auch eine fernbedienung oder ihr könnt das ding auch per app steuern mit dem entsprechenden empfänger der das kann ja ich habe genug komponenten da die ich dafür nehmen kann und die ich nachher auch mal testen werde so das set habe ich jetzt hier so aus china bekommen ja umgeschlagen war plastik kurzen schnitt hier so sieht der karton aus da drin richtig schöne reifen die finde ich die finde ich cool von tgl dann so ein kleines gift dabei das ist so eine schablone um so eine vorlage um technik bricks und lift arme und so weiter sofort eben so eine alt schablone anlegen zu können dann wisst ihr sofort welche länge das hat ganz nett ich werde das mal ausprobieren ist übrigens ein happy bild das gift was dabei war ja wir haben jetzt hier wieder die schönen zip beutel dabei ich gucke jetzt mal unten die bauanleitung hier haben wir die bauanleitung ganz schön aufgemacht und das fahrzeug wieder sehr schön präsentiert finde ich hier den warrior offroad hinten auf rückseite dann seht ihr was das set alles kann und es kann so einiges türen klappen öffnen und so weiter sofort aber am schönsten finde ich jetzt momentan noch hier die reifen also die haben es mir echt angetan sehr schöne reifen so wir schauen das ganze mal so ein bisschen jetzt hier sortiert auf dem tisch an wie viele tüten da drin sind und so weiter und so fort so sortiert sieht das ganze so aus wir also wir haben jetzt hier nummerierte beutel von von 1 bis zur tüte nummer 9 also nummeriert dann ein nicht nummerierten beutel mit den ganzen pins darin und noch einen weiteren beutel mit hier mit extra einen großen technik rahmen und dann so formteile von den kotflügeln ja also ganz schön dann natürlich die reifen fünf stück haben wir dabei schönes profil ich finde diese reifen echt gelungen von tgl mal was anderes wie einfach die von lego zu kopieren so weiter natürlich dabei habt ihr eben schon gesehen die bauanleitung da werfen wir ja wie immer gleich noch mal einen blick da rein um so ein bisschen ja mal zu stöbern wie es da drin aussieht ja maßstab 1 zu 8 habe ich schon gesagt also es passt ganz gut in die ganze reihe der fahrzeuge da gibt es ja genug fahrzeuge mittlerweile von im maßstab 1 zu 8 ja hiervon habt ihr alles drauf was ihr wissen müsst von dem set und ja das ist so ein bisschen hier in action und offroad soll das ja sein hier seht ihr dann nochmal hier die aufstellung der tüten der beutel neun tüten und neun bauabschnitte wieder eine übergeordnete tüte hier das sind die pins dann hier könnt ihr die motoren beschriften sind natürlich aufkleber dabei also hier mal richtig rum also die motoren könnt ihr beschriften und hier jede menge sticker dabei ich weiß jetzt gar nicht 20 stück oder so eine menge und der größe zu schließen hier scheint es jetzt wieder über jede menge teile zu gehen nach dieser aufkleber da bin ich ja überhaupt kein freund von aber ich werde sie nachher mal anbringen um ja das fahrzeug mal mit aufkleber zu präsentieren so fangen wir mal an hier auf der ersten oder nächsten seite jetzt hier dann sollte das ganze mal testen also wie gesagt power function sind nicht dabei müsst ihr eigene haben also ich habe genug zu hause rumliegen dass ich da was einbauen kann ja typisch bauabschnitt 1 es geht los und hier wird der aktuelle bauabschnitt ist farbig der andere ist ausgegraut ihr seht jetzt hier schon vorne stoßdämpfer sind dabei gehört natürlich für ein offroad dann hier bei bauabschnitt 616 und auf seite 174 werden die ganzen aufkleber aufgebracht und ihr seht das ist einiges zwei seiten alleine schon beschrieben wo und wann und wie die aufkleber aufgebracht werden müssen ja die ganze bauanleitung hat 175 seiten und 617 bauschritte hier wieder die also hier jetzt hier die bauabschnitte die so grün unterlegt sind also quasi ab hier da geht das los mit dem einbau der motoren und ich habe da schon mal reingeguckt da sieht sehr leicht aus kann man sehr leicht umbauen also ihr müsst da nicht irgendwie das groß demontieren sondern geschiebt jetzt einfach nur die motoren sozusagen einfach auf die kreuzachsen sieht sehr einfach aus werde ich nachher auch machen und euch das dann mal hier im fahrbetrieb vorstellen gut ja hinten auf der rückseite eben schon gesehen also wir können jetzt hier das lenkrad bewegen wir können vorne die motorhaube öffnen und ein motor ist da drin dann können wir hier hinten die heckklappe öffnen oben so eine luke das mg obendrauf dreht sich hier ist so ein drehmechanismus dabei und natürlich alle türen können geöffnet werden und dieses gute ist dabei hier ist ein mitlaufender es müsste ein achtzylinder motor sein also so sollen die motoren sein diese mit diesen klöppeln und diesen kreuzachsen da bin ich überhaupt kein fan von der von diesen motoren ja eine seilwinde haben wir auch noch dabei und ja ich bin gespannt also wir kommen zum ersten bauabschnitt da das ist hinten das heck von dem fahrzeug so ein bisschen macht mein fokus schon wieder probleme hinten das heck hier hinten baumelt alles noch so ein bisschen rum ist noch alles nicht richtig fixiert wir haben hier ein differenzial auch verbaut und hinten die beiden achsen also hier das dreht sich auch jetzt hier von von den technikelementen her sehr leicht das differenzial ihr seht alles kein problem aufbau war jetzt auch irgendwie kein großes geheimnis dgl macht ja sowieso keine großen geheimnisse beim aufbau ja also was jetzt hier ist wir haben zwei stoßdämpfer und die gehen mega schwer also ich kann mir nicht vorstellen dass dich das fahrzeug mit diesen stoßdämpfern im gelände gut bewegen lässt weil das fahrzeug ist nicht so schwer und man muss schon richtig kraft aufwenden um jetzt hier eine seite hoch zu drücken und ja gelände fahrzeug muss eigentlich weiche federn haben damit die räder immer schön kontakt zum boden haben und ja das ist eher schon wie eine star axie hin ja also hinten das funktioniert auch hier mit dem mit dem differenzial also kein problem gewünscht hätte ich mir hinten noch mal so ein sperren differenzial das macht die ganze sache dann noch gelände gängiger ja dieses rum geflatter hier will hoffen dass ich das noch irgendwann gehe ich mal von aus dass sich das dann irgendwann auch mal hier befestigt die teilequalität ist bis jetzt gut auch jetzt hier diese lift arme alles top die faden finde ich gut aber es ist natürlich jetzt wieder ihr seht ja alles hier mit mit blauen pins zugenagelt das ist sehr offensichtlich obwohl hier das fällt mal den grünen echt mega auf diese blauen pins ich glaube tgl hat aber auch andere pin farbe meine ich schwarz hätte es auf jeden fall jetzt hier besser getan denn da wo schwarze pins jetzt hier verbaut sind da fällt das halt nicht so auf in diesem olivgrün ja ganz geschmeidiger bauabschnitt war das bisher gut wir kommen zum nächsten bauabschnitt dem bauabschnitt nummer zwei ja es hat sich schon richtig was getan also wir haben ordentlich in länge was gemacht hier und ihr seht schon wir haben also das war hier im ersten bauabschnitt und das ist jetzt im zweiten dazu gekommen also quasi zwei drittel noch mal dabei wir haben jetzt hier so ein getriebetunnel würde ich mal sagen hier geht eine welle von von hinten bis direkt nach vorne ich bin mal gespannt ich weiß noch nicht ob das fahrzeug jetzt hier allradantrieb hat hier vorne ist auch dieser große technik rahmen verbaut worden da war jetzt nur einer mit dabei und hier vorne das hier wird die lenkung sein das geht hier unten auch ja wird immer übertrieb und ein riesen zahnrad finde ich mega mal gucken wie leicht sie das danach lenken lässt ja hier ist dieser übertrieb von hinten dreht sich alles sehr leicht muss ich sagen war auch alles sehr locker zu bauen bin qualität ist bis jetzt so in ordnung außer die pin mit kreuzachse also die zwei pins mit kreuzachse die haben in einigen bauteilen nicht so optimal gehalten sonst war das alles gut bauabschnitt 3 und hier haben wir jetzt den teil vom dach schon gebaut hier und hier oben auch diese kurbel die nachher das mg rotieren lässt oben auf dem dach da ist hier so ein kleines getriebe quasi gebaut worden dann im vorderen bereich haben wir den wunderschönen motor gebaut schön 8 v8 und der lässt sich super leicht drehen also jetzt bin ich ein bisschen skeptisch ob das ein allrad wird weil der antrieb von hinten treibt jetzt bis jetzt nur den motor vorne an das ist jetzt hier die zahnstange jetzt hier raus geflutscht ist die gehört hier unten rein ja das lässt sich auch hier sehr leicht drehen das gepackte das zahnrad hier weil durch die große übersetzung so jetzt hat es gepackt und wenn er jetzt in den großen dreht dann geht halt die zahnstange hin und her ja so was haben wir noch wir haben ja hier vorne die stück vom dach sehr stabil bis jetzt auch die paneele sind sehr gut von der qualität her da kann man bis jetzt nicht mehr kann ja was ein bisschen stört hier vorne die zahnstange die will immer wieder raus also da die flutscht immer raus hinten das ist immer noch nicht befestigt das wumpert da so rum ja aber ich will hoffen dass sich das in den nächsten baubschnitt noch legt gut das bis dahin baubschnitt 4 aber jetzt hier hier sieht hinten wummelt immer noch rum wir haben jetzt hier vorne die vorderachse soweit fertig gebaut auch hier seitlich schon mal vom vom innenraum von der seite hier die tür aufnahmen nachher wahrscheinlich sollen das werden und hier vorne an der vorderachse seht ihr oder besser gesagt ihr seht es nicht es hat es hat kein vorderrad antrieb also aber dafür zwei dicke stoßdämpfer ja was hier wirklich aufpassen muss da bin ich erst mal ein bisschen ins messer gelaufen hier geht ja die lenkung durch auf ja auf dem zahnrad was auf die zahnstange geht und dann guckt nachher hier die kreuzachse raus und bei mir hat das nicht gefluchtet ihr müsst darauf achten dass die kreuzachse wirklich ja ich sag mal 90 grad da unten drin steckt und die lenkung gut ausgerichtet ist und nicht hier so schräg denn ihr schiebt ja nachher einfach nur den 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 motor nachher hier so rein und ja dann soll das beim lenken ja auch gerade fahren das fahrzeug ja stoßdämpfer hat ich gesagt auch wieder auf jeder seite zwei stück auch wieder zu stark finde ich also das fahrzeug wird genauso wie hinten auch das fahrzeug wird diese stoßdämpfer von der eigenkraft nie eindrücken also die werden überhaupt keine funktion haben da wir jetzt vorne keinen also kein allrad antrieb haben sondern nur den antrieb hinten und dann noch hinten referenzial gehe ich davon aus dass dieses fahrzeug null geländegängig ist also da wird man glaube ich kein spaß mit haben die lenkung geht super einfach hier wenn jetzt hier vorne an dem kreuzgelenk gedreht wird das wird kein problem sein jetzt haben wir noch weiter hier so einen kleinen bügel der wird wahrscheinlich nach für die motorhaube zum hochstellen zum verriegeln sein hier eine stoßstange die eigentlich den namen stoßstange nicht so verdient die ist teilweise aus briggs gebaut und ja die geht hier sehr sehr leicht auseinander die ist einfach nur auf zwei pins auf aufnahmen hier drauf gesteckt hier dann auch so eine winde die kann man hier raus ziehen um wahrscheinlich schneller rein drehen zu können oder was auch nicht wirklich durchdacht das ganze finde ich und auch nicht schön umgesetzt hätte man auch wieder anders machen können ich sag das immer hätte man anders machen können dann machst doch du blöd mann aber ja wie gesagt ich habe das hinter gekauft und dann geht man davon aus dass es einigermaßen durchdacht ist denn es wird ja irgendein mokker wird es ja gemacht haben so das nächste also hier die lenkung müsste so ein bisschen aufpassen dass das alles nachher fluchtet hier die ganze geschichte mit den pins rein diese ganzen module wurden hier seitlich rein gesteckt war auch so ein bisschen tricky weil ja über mehrere pins reinstecken ja ist auch nicht so ganz einfach ja baumstift 5 und ihr seht schon hier haben wir schon jetzt ein dach hier haben wir auch schon ich drehe das ganze mal hier wir haben jetzt hier so eine so ein großes großen zahnkranz zahnkranz ja der ist nachher da für das geschütz und wenn ihr jetzt hier dran dreht hinten an dieser kurbel quasi dann dreht sich dieser zahnkranz relativ einfach und ist was ist da denn wo kommt der aufkleber weg schön an die seite mit dir der kommt nachher noch ans fahrzeug ihr seht jetzt hier unten ist es schon einigermaßen technisch aufwendig gemacht das ganze also wenn ihr hier dreht auch geht das auf ein kleines getriebe dann hier über die kreuzgelenke auf eine schnecke zahnrad und dann nach oben an den großen drehkranz ja hier kommt nachher der motor drauf der das ganze dann halt motorisiert antreibt das ganze sitze sind hier verbaut die sind alle vier ähnlich gebaut wobei ich finde dass die vorderen sitze zu nah vorne an der wand sind also da hat der fahrer und beifahrer überhaupt keinen platz ihr seht auch auf der fahrer seite eigentlich viel zu weit nach vorne gesetzt ich habe das jetzt ist kein fehler von mir die hätten jetzt wirklich ein also eine noppe normalerweise nach hinten gemusst oder ein loch nach hinten hinten finde ich ist es in ordnung das lenkrad wurde noch mal stabilisiert ist sehr stabil hier und lässt sich so aus dieser position gut lenken wie das natürlich mit den türen und vorne kommt ja noch eine scheibe vor ist das wird sich nachher noch zeigen hier oben das hier ist auch noch so eine art luke hier die kann aufgeklappt werden obwohl da drunter eigentlich keine direkte öffnung ist da ist zwar eine öffnung aber nicht direkt unter der luke hier vorne zwei lichter sind hier angebracht und hier nachher die aufnahmen für vorne diese gepanzerte abdeckung der frontscheibe ja das doppelt hier alles noch ein bisschen rum wird natürlich wahrscheinlich nachher noch hier vorne durch eine a-säule und b-säule verstärkt und das haben wir schon hier teilweise gemacht im bauabschied 6 hier haben wir die b-säule schon mal eingebaut die ist auch gefließt leichte kratzer muss ich sagen auf den fließen aber sonst ist das in ordnung hier die farbabweichung konnte ich jetzt so mit meinem schlechten augen jetzt nicht groß erkennen auch wenn jetzt hier mal so ein teil ich nehme das mal ganz kurz ab hier mit einem mit einer noppe gehalten wird halten die fließen echt gut also bei blue blicks wäre das ding jetzt hier wieder komplett zerbröselt wahrscheinlich auch an den türen haben wir hier eine art verschluss mechanismus also ihr müsst diesen hebel hier nach oben machen und dann kann man halt die tür verriegeln die türen gehen sehr leicht da macht diese verriegelung auf jeden fall schon sinn sonst würde die man hin und her flattern auch hier ist mit dem gummiband ganz gut gelöst das ganze aber wie gesagt da die dreier kreuzachsen in rot ja das fällt alles natürlich sofort ins auge und die ganzen blauen pins hier das hier ist auch so ein bisschen naja gelöst hinten die tür identisch hier ist jetzt noch kein anschlag hier hier dieser mechanismus der geht noch ins leere da fehlt hat ihn noch die säule die c säule ja auf der anderen seite natürlich dass das gleiche hier auch die b säule gefliest hier auch die tür fahrer tür und beifahrer tür auch hier großen spalt und diese tür hier hinten auf der anderen seite nicht aber irgendwie liegt die nicht ganz an ich habe schon geguckt wo könnte es dann liegen ich habe den fehler echt nicht gefunden wo ich da irgendwo bock gemacht habe denn eigentlich müssten die beiden seiten ja identisch sein ja die steht immer noch so ein bisschen ab man kann sie nicht ganz schließen aber wenn hier dieser die c säule dran ist und der mechanismus hier dann wird die tür schon zugehalten werden das sehe ich jetzt nicht so als problem so dann was haben wir noch schönes gemacht an dem modell hier moment ach so bauanleitung nicht modellbauanleitung ihr seht schon die bauanleitung hat sich bei mir zerlegt die ersten paar bauabschnitte fünf ging es und dann auf einmal ging eine seite nach der anderen ab also ich konnte umblättern ihr seht es ja hier also jede seite die umblätter die löst sich aus der bauanleitung und das ist natürlich mist ich finde das jetzt qualitativ echt ein bisschen kacke muss ich sagen so was sollte wirklich nicht passieren dass sich die bauanleitung zerlegt ja ich werde das ganze mal wieder kleben sonst wenn ich jetzt eine seite verliere ist natürlich nachher schlecht weil online bauanleitung gibt es nicht bauabschnitt sieben und das fahrzeug nimmt echt langsam gestalt an hinten den koffer haben wir zugemacht und sieht doch ganz nett aus hier also hier eine komplettes panel was dann hier an drei kreuzachsen hier hinten einfach rein geklickt wird hält auch sehr gut dann hinten seht ihr am heck hat sich einiges getan wir haben hier rückleuchten angedeutet mit roten transparenten roten kopfhörern sieht sehr cool aus dann so lenkräder sind es nicht hier also jetzt hinten ist es auch stabil geworden jetzt hier sind kreuzachsen durchgeschoben worden und hier ist ein tritt dann haben wir hier die heckklappe da ist noch die aufnahme hier auch noch für das reserverad was später dran kommt die hat keine verriegelung hier ist so ein halter für wahrscheinlich kanister und ja hierhin kommt das reserverad nachher auf diese große kurzaufnahme hier noch wahrscheinlich nummernschild hier ist wie gesagt kein mechanismus ist zum verriegeln hält aber auch so ja hier oben steht ein bisschen über hier seht ihr das ist die ganz bündig dann hätte man jetzt hier nicht da ist jetzt einfach nur ein vierer ein einmal vierer stein da hätte man einfach zwei einmal vierer plates nehmen sollen übereinander hier so halter mit so fahrradlenkern gebaut sind glaube ich fahrradlenker da wird irgendwas noch dran geklickt dann haben die türen also hier hinten die die sitzt jetzt durch diese verriegelung wird sie jetzt in der position gehalten da muss man übrigens hier bei den hinteren türen müssen die verriegelung nach oben machen und bei den vorderen türen nach unten so das ganze von unten sieht jetzt mal so aus farblich bis auf die ganzen blauen pins natürlich hält sich das alles noch in grenzen ihr kommt die überall schön dran also vorne an den servo dann hinten hier auf den xl motor da guckt schon die graue achse haben wir ja gesehen der kommt hinten hier hinten rein dort kommt der motor drauf und dann dreht sich halt das mg was noch gebaut werden muss auf diese kreuzachse und da hinten kommt soll die batterie box drauf aber ich werde eine andere nehmen eine andere batterie box von mole king die sechs kanal die pasta halt nicht hin dies ist auch nicht für vorgesehen aber ich will das ding so ein bisschen geschwindigkeitsmäßig steuern können ja hier oben nachher diese pins da kommt auch noch irgendwas drauf ihr seht ja schon ist schon vorbereitet das sind ja die pin mit das mit stadt aufnahme glaube ich heißt das wir haben auch an den türen die rahmen angebracht das war auch im vorigen bauabschnitt noch nicht so weit aber das ist ein bisschen mickrig ausgeführt jetzt hier diese rahmen also ihr seht schon hier vorne wabbelts rum hinten sind sie fest auch hier die hinteren babbelt auch rum da hätte man es eigentlich wie man sie hinten befestigt hat hätte man das auch dann im vorderen bereich machen können federung bringt nichts wird auch nachher im gelände nichts bringen die geht einfach zu schwer vielleicht müsste man eine feder weglassen vielleicht bringt das ein bisschen mehr aber so wird das nichts bringen im gelände die federung auf zumindest überhaupt steht acht und wir haben jetzt hier vorne die motorhaube gebaut hier die ist richtig massiv und ja nicht einfach nur ein paar plates sondern hier sind jede menge liftarme hier verbaut worden die hat ordentlich gewicht hier aber weiter wie so kann man sie nicht öffnen also so weiter geht nicht dann kann man halt hier diesen diesen motorumhalter hochklappen und dann bleibt halt die motorhaube in dieser position hier so gelbe lämpchen hier habt ihr so als griffe könnt ihr nehmen diese schwarzen kopfhörer sind dabei kopfhörer telefonhörer dann übrigens ich glaube ich habe es noch nicht gesagt also bis jetzt hat hier noch kein teil gefehlt das war alles bis jetzt hier soweit in ordnung so dann das nächste und zwar hier vorne den den kühlergrill da ist schon aufkleber aufgebracht und jetzt mein fokus ist jetzt nicht so optimal hier hier ist ein teil dieses diese kleinen dieses gitterrost hier wo ein kleiner fehlguss ist schön finde ich übrigens auch hier die schräge wie das gemacht ist hier vorne und oder ich finde diese schräge allgemein schön von dem für den kühlergrill wie das jetzt hier gemacht wurde das passt richtig gut zu dem fahrzeug als wenn jetzt hier nur so eine ja so eine gerade front wäre so den scheinwerfer hier noch mal schön ausrichten auf der anderen seite haben wir den dann auch noch mal in trans clear innen drin natürlich wieder ja ein blauer pin mit kreuzachse passt natürlich super dahin so dann haben wir hier noch mal an der stoßstange hier noch mal so elemente dran und hier unten und die ja wabbeln alle so ein bisschen noch hier rum werden irgendwie nicht festgemacht auch hier unten dieses element keine ahnung warum das da unten so rum wabbeln muss hier ist ein gebauter kotflügel hier auf der anderen seite natürlich auch sieht kann schick aus war auch bis alles bisher 10 soweit auch entspannt zu bauen das ganze ich habe hier so jeden tag habe ich mal so ein bauabschnitt gemacht also ich habe mir da jetzt keinen stress gemacht ja blaue pins wie gesagt die leuchten überall hier nachher für den kotflügel hinten so und bauabschnitt neun und das fahrzeug ist fertig aufkleber sind aufgebracht und alle ich habe alle aufkleber aufgebracht und das fahrzeug es waren ja so einige und das blöde ist eigentlich dass diese aufkleber über mehrere teile gehen also hier auch diese gehen komplett über ich weiß gar nicht wie viel fließen da drunter sind fünf oder sechs auf der motor sind welche hier sind aufkleber da ist ein aufkleber auch über mehrere lift aber hinten denke nur bei ein lift haben hier aufkleber zurückleuchten hier hier also alles ist aufkleber also tgl hält das da so wie molking ja dass die keine drucke machen überhaupt keine drucke machen hier schön finde ich wie gesagt die reifen das profil finde ich echt mega gelungen da hat tgl echt schöne reifen rausgebracht und ihr seht ne also da muss man richtig drücken also stoßdämpfer mäßig ist das nichts auch haben wir keinen besonderen federweg das seht ihr hier kaum bodenfreiheit hier hinten dieser das formteil der kotflügel ist ein bisschen verkratzt und überall leuchten jetzt hier natürlich auch noch die blauen pins raus die hätten sehr besser in schwarz machen sollen das fällt nämlich nicht so auf ja hinten ist es ein formteil vorne ist er gebaut ich glaube für vorne hatten sie keinen ja hier haben wir diese blenden oder diese panzerung für die frontscheibe die kann man zu hoch klappen hier haben wir noch mal zwischendurch noch mal eine säule hier so einen gebauten rahmen dann links und rechts auch schöne spiegel dann hinten das reserverad ist hier drauf dann schön finde ich jeden diese gebauten rahmen und die antenne ein hier hinten auch aufkleber und hier hinten ein gebautes eingebauten reservekanister der aber nicht ganz hier reinpasst der stößt nämlich jetzt hier hinten auf den auf den reservereifen also der reservereifen kommt aber auch schon an den halter von dem von dem reserve tank weiter dran drücken kann ich den das reservereifen auch nicht weil er hier schon dran stößt so zu machen so was noch also diese rückleuchten gefallen mir also es ist ein aufkleber aber das sieht ganz gut aus dann hier oben die antenne dann hier noch so ein beiwerk keine ahnung was das darstellen soll das wird wahrscheinlich entweder die auspuffanlage oder der ansaug aber ich schätze mal es wird die auspuffanlage sein oben ein mächtiges mg ist gebaut hier das war sehr interessant der bau und es ist auch sehr detailliert muss ich sagen man kann es jetzt hier von hand erstmal nur in der höhe anrichten und man kann vorhin auch so ein zweibein ausklappen dann hier munitionsgurt ist noch dran hier aber dieser flex ist nicht so gut also es ist vom eigengewicht geht das nach vorne und wenn das zweibein ausgeklappt ist dann beim drehen stößt es halt überall gegen so dass ich mich halt entschieden habe jetzt stößt es dagegen ist entweder ganz nach oben stellen und das zweibein eventuell auch nach oben machen schön finde ich jetzt hier diesen angedeuteten gurt dann hier so eine zieleinrichtung hier hinten schönen handgriff also also optisch finde ich die echt gut gelungen vorne auch so ein zielfernrohr also nicht zielfernrohr aber so eine zieloptik vorne aber hier vorne diese kreuz dieser pin mit kreuzaufnahme der hat ja der ist zu leicht deshalb geht das gewehr vom eingewicht runter ja hier hinten diesen was soll das sein gepäckträger dachgepäckträger der ist ganz schön gebaut hier ist ein gebauter hammer den kann man jetzt hier so ab machen ja auch ganz nice und hier mit zwei solchen klammern hier eine gebaute schaufel muss man sich da gehört schon ein fantasie zu finde ich also hammer der wird jetzt hier mit einer vorrichtung gehalten und diese schaufel mit zwei hält auch gut fällt auch nicht ab ist ganz nice gemacht so auf der rückseite den gebauten reservekanister mit aufkleber drauf schön petrol hier hinten diese antenne sehr gut aber kommt man nicht dran dann fällt die antenne sofort ab hier hinten keine ahnung was das darstellen soll so wir machen mal hinten die türen auf vorne die türen auf wie gesagt einmal nach oben einmal nach unten die verriegelung bei hinten müssen sie nach oben vorne nach unten machen geht auch schön auf die tür ne kommt so eben gerade an die an die spiegel manchmal klemmt sie so ein bisschen die verriegelung dann hier vorne also von vorne gefällt mir echt gut dann kann man die motorhaube kann man verriegeln da sieht man den motor ja so richtig klöppeln sieht man den nicht aber schön auf jeden fall also beim bau wisst ihr ja was ihr da gebaut habt und ich finde diese diese gebauten motoren auf jeden fall viel schöner als wenn da irgendwas mit diesen kreuzachsen ist brave warrior haben wir hier und hier oben diese luken oder diese kleinen klappen das ist auch alles aufkleber auch über mehrere paneele hier oben die panzerplatten vor der scheibe hier an der tür dieses t4015 ist natürlich die setnummer so dann machen wir mal die lenkung also man kommt ja ich mit meinen dicken wurst fingern habe so meine probleme ich musste schon so ein bisschen rödeln aber es geht zu lenken der linkeinschlag scheint auch in ordnung zu sein ich will das ganze jetzt auch mal hier einmal vom vom drehteller runternehmen damit war ich will das ding jetzt einmal schieben wie sich das so auf dem boden fällt also es geht relativ leicht so jetzt mal runtergenommen und es knackt auch nicht es rollt sehr leicht und man man hört nur so leicht das klappern von dem von dem motor hier vorne aber es läuft wirklich richtig schön leicht da habe ich schon ganz andere modelle gehabt wo das dann am knirschen und klappern war wenn ich es von hand bewegt habe ja ihr habt ja jetzt die möglichkeit das ding zu motorisieren sehr einfach das ganze also es werden einfach nur hier wird jetzt ein servo reingeklatscht hier xl-motor und da hinten kommt gleich der motor rein und die batterie box das befindet sich nachher alles hier hinten drin und ich würde sagen ich hole mal eben kurz die klamotten jeder der so ein bisschen technik baut der müsste die sachen eigentlich auch zu hause haben also ich werde dafür von moleking hier diese schön steuerbare potenzial oder wie heißt die steuerung nehmen die sechs kanal den sechs kanal batterie box den servo motor auch von moleking von 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 wem der xl motor ist weiß ich nicht und der motor hier ist von von blue bricks ja ich habe das ganze jetzt mal umgebaut und das war wirklich eine kleinigkeit also fünf minuten und die ganze sache war durch war auch ganz interessant der einbau also als erstes hier wird der servo motor rein dann kommt der xl motor rein hier zwischen sind dann noch so ein paar halter für für die motoren und für das kabel und da ist ein liftarm dabei gewesen ein schwarzer ein fünfer der wird hier hinten einfach hier an das differenzial müsste eine bestimmte position haben hier und dann wird da einfach der liftarm rein geschoben damit sich die kreuzachse nicht durchschieben kann wenn ihr den xl motor rein schiebt ganz cool gedacht ja die kabel habe ich einfach nach hinten nach oben in den innenraum geführt und die dann halt hier auf die batterie box angeschlossen die baumelt dann nur so lose rum ist ja die sechs kanal die ist ein bisschen ist ein bisschen größer die passt nicht an die position also aber ist kein thema passt auf jeden fall rein so anschalten jetzt lassen uns mal die funktion mal so ein bisschen durchgehen so fernbedienung verbindung ist da und jetzt nach vorne nach hinten ja ein bisschen knacken tut es schon aber man kann es jetzt durch diese monge ganz langsam steuern nicht so wie die anderen da irgendwie vollgas oder stopp die lenkung geht auch gut lenkeinschlag ist auch gut finde ich kommt auch nirgendwo dran dass der reifen und ich versuche jetzt mal hier auf dem tisch mal in so ein paar zügen zu wenden ja das ist auch das ist schon gelenkig ja das mg kann natürlich auch bewegt werden das macht ihr an der fernbedienung vorne bei mir ich habe es gelegt auf so auf dem knopf und ja es dreht eigentlich sehr schnell ich weiß nicht ob das an dem motor liegt nur was ich hier noch hin bauen werde irgendwie so ein stopper dass das mg nicht runter geht so ich habe das jetzt mal gemacht ich habe hier einfach eine kreuzachse vierer oder fünfer ist das jetzt hier ich glaube das ist ein vierer und da oben drauf einfach so ein kugelkopf mit kreuzaufnahme und jetzt kann das mg halt nicht mehr runter fallen und bleibt so in dieser position und das zwei bein kann auch ausgefahren werden so ja also fahnenmäßig macht so laune aber es macht sinn das ganze mal zu testen im gelände und das machen wir jetzt ja so richtig gelände gängig ist es nicht denn es ist jetzt schon fast vorbei mit dem spaß ist so kleiner also ich habe jetzt diese größere steine hier in dem bereich und es ist jetzt schon feierabend ich komme jetzt nicht vor und zurück weil ein rad durchdreht da ich jetzt hinten die achse nicht sperren kann ist dann feierabend und ja ihr seht es tut sich echt sehr sehr schwer das fahrzeug und durch die federn ihr seht wie das höppelt da fliegt fast hinten der der sprit behälter raus also die federung ist auch auf jeden fall zu ja zu stark zu straff oder wie das heißt ja rückwärts geht auch auch die geschwindigkeit finde ich von dem fahrzeug dies in ordnung knackt natürlich ab und zu beim rückwärts fahren jetzt fahren wir hier auf die wiese oder wir versuchen es und ja also das ist jetzt ehrlich ein fahrzeug was man im haus im wohnzimmer im kinderzimmer fahren lassen kann aber für draußen ja okay auf der straße vielleicht noch aber nicht ins gelände oder rasen dafür taugt es einfach nicht so hier wollte ich jetzt oder hier will ich noch mal drehen und das war feierabend denn der antrieb war raus und zwar lacht das an folgender geschichte hier hinten an der hinterachse kommen von den rädern kommen zwei kreuzachsen die dann hier auf das differenzial gehen an diese beiden kleinen zahnräder und die hat sich verschoben und ging nicht mehr auf die zahnräder ja ich habe das ganze wieder gefixt jetzt hier es läuft soweit wieder ich musste die kreuzachsen wieder reinschieben ja und ich muss jetzt wirklich sagen ich bin echt von dem fahrzeug also technisch von den von den funktionen was es eigentlich haben sollte bin ich echt enttäuscht für mich ist es auch kein fahrzeug was ihr motorisieren müsst auch ist es ein bisschen schwierig damit zu lenken hand of gott steuerung wäre besser gewesen hierbei dann hätte man das wesentlich so bespielen können halt aber also ich sehe davon ab eine motorisierung darauf zu machen dass hier hinten kann man auch gut von von hand drehen da braucht ihr kein motor der dreht auch sowieso finde ich viel zu schnell kann vielleicht auch in blubricks motor liegen die aufkleber finde ich nicht so pralle also hier hinten den schon aber hier was in diesem oliv dann der tank hier ich würde jetzt einfach ein stein abnehmen dann passt er besser da rein in die halterung dann finde ich auch nicht gut die aufkleber hier über mehrere teile zu machen auch hier an den türen diese großen spalten finde ich nicht nicht so gut dass man überall blaue pins sieht und rote dann hier diese die fensterrahmen bin ich schön gelöst da hätte man das da hätte man das auch hier machen können wir dann hier vorne seht ihr diese großen großen flächigen aufkleber da bin ich auch kein freund von ich habe jetzt einfach nur gemacht um es euch zu zeigen hier diese türverriegelung die finde ich ganz gut das ist schön gemacht aber die sitzposition finde ich nicht gut der sitz hätte jetzt wirklich ein ein loch nach hinten gemusst das sieht nicht so schön aus so dann die reifen da bin ich absoluter fan von finde ich klasse hier stoßdämpfer mäßig muss ich sagen hier sind hätte einer gereicht zwei sind da verbaut viel also also manchmal manchmal ist zu viel auch kacke genau wie hinten auch federweg ist zu wenig und dass wir nur hinten antrieb haben und vorne nicht kein allrad finde ich auch nicht gut finde ich so ein bisschen beschiss weil hier steht der offroad und beim offroad ist oder wenn ihr jetzt hinten auch kein sperr differenzial habt ein rad verliert die bodenhaftung kein antrieb mehr da ja dann diese aufkleber habe ich ja schon gesagt über mehrere pins finde ich nicht so pralle den motor finde ich klasse ich bin ein fan von diesen motoren von den von den gebauten mit den kolben und den kolben stangen hier vorne diese winde hätten sich auch schenken können dann dieser fehlguss ist das einzige manko an den steinen und die die zweier pins kreuzachse mit pin aufnahme die waren jetzt so ein bisschen nicht optimal so was haben wir noch wo können wir noch ein bisschen meckern ja vorne ihr seht ja das fällt alles mega auf da hätte man einfach hier schwarze pins rein machen können wir das nicht so auffällig auch hier hinten überall das fällt bei diesen oliv echt extrem auf schön finde ich auch das mg hier oben und wie sie die antenne umgesetzt haben finde ich auch schön gefällt mir echt gut hinten die klappe gut umgesetzt finde ich auch cool also also sonst eigentlich so optisch optisch also von der form des fahrzeugs finde ich ist echt cool aber es ist wirklich rc mäßig macht das ding keinen sinn könnt ihr euch sparen wenn ihr die sachen habt probiert es einmal aus und ihr werdet sehen dass es einfach nicht bringt es ist vielleicht entweder vitrinen modell oder als spielmodell kann man es dann vielleicht nehmen das ganze so übrig waren jetzt hier diese diese teile hier da ist auch dieser liftarm hier den ihr braucht und ja dieser pin hier dieser zweier pin und kreuzachse der hat in manchen teilen also zb in diesem teil eine sehr sehr geringe klemmkraft also da musste ich echt ein bisschen nach helfen mit einer schere und musste die so ein bisschen quetschen ein großes nach einen großen nachteil finde ich auch die bauanleitung zumindest bei mir dass ich meine zerlegt hat vielleicht habt ihr glück ich hatte tgl bauanleitung schon einige das ist nicht passiert aber diese hier hat sich wirklich nachher von selbst zerlegt und ich musste sich mal musste ich dann bündelweise oder bauabschiedsweise musste ich die wieder einkleben ja leute das war es soweit mit dem review ich würde sagen wenn euch das gefallen hat dann wie immer lasst mir doch einen daumen nach oben da und wenn ihr noch kein abo habt abonniert den kanal da freue ich mich auch sehr drüber aktiviert die glocke dann bekommt ihr auch hochladen und übrigens wenn irgendwas ist schreibt einfach in die kommentare und ich werde dann wenn es geht beantworten wenn ich eure fragen beantworten kann okay leute ich werde jetzt noch ein paar umdrehungen machen lassen hier und ein paar sachen einblenden zu dem fahrzeug ich würde sagen ciao und bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video